Achter sind wir. Oh, das ist ein Träzor. Das ist eine Ammo-box. Man muss es nicht wegkommen. Man muss es nicht wegkommen. Ja, nice. Erstmal. Ja, cool. Smash. Nein, nein, nein. Wir können es öffnen. Ja, vorzichtig. Naja. Original. Oho. Oho. Das ist ein kleines Schiff! Ich denke, das ist ein kleines Schiff. Ja. Ich denke, das ist ein kleines Schiff. Ich weiß nicht, was es ist. Ich denke, es ist ein Geld oder etwas. Was ist ein kleines Schiff? Ah, es ist ein kleines Schiff, oder? Musik, oder? Ja, was ist eine Automobil? Computer, oder für die Geld? Ja, eine Zigarette... Ah, ein Geld. Und eine Geld-Bot! Ja, wir stehen jetzt hier wirklich in Berlin. Mit einem Haufen anderer Verrückter zum Magnetfischen. Ich bin auch total überwältigt. Und ja, Magnethunters Berlin haben das sie überhaupt erst ermöglicht. Vielen Dank nochmal. Und ansonsten haben wir Juli Magnetfischen Berlin dabei. Magnetfischerei aus der Schweiz kommen noch. Auch Pecheur de Tresor sind da. Uggs aus Österreich. Und Magnetfisch Family Rhein-Ruhr habe ich auch schon gesehen. Das K-Team ist am Start. Also dranbleiben und viel Spaß mit dem Video. Ciao. So, da ist auch mittlerweile unser Lehrdinger eingetroffen. Heu. 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 So, dann wollen wir loslegen. Ja, genau. No. No.